Unter dem bekannten Motto, finde dein Sport, finde dein Verein, wurde die neue Homepage des Mainova Sportportals präsentiert. Die Handhabung ist jetzt deutlich einfacher und auch für Vereine und Firmen gibt es zusätzliche Funktionen. Wir wollen, dass die Interessierten für Sport einfacher Sportangebote finden. Das ist mit diesem Portal uns gelungen. Wir wollten natürlich auch verbessern die Situation für unsere Vereine. Die das Portal nutzen, die können jetzt besser für sich werben, auch ihren Verein. Insbesondere kleinere Vereine, die keine eigene Homepage haben, können damit sozusagen eine Mini-Homepage bekommen über uns als Sportkreis. Das Mainova Sportportal funktioniert ganz einfach. Im ersten Feld können entweder Sportarten ausgesucht werden oder gezielt eine Sportart eingegeben werden. Wie beispielsweise Fechten. Dann wird im zweiten Feld der Ort eingegeben. Wie beispielsweise Frankfurt. Dann werden die Vereine angezeigt, die diese Sportart anbieten. Zusätzlich gibt es alle Informationen, die der Sportler braucht. Trainingszeiten, Trainingsorte sowie die Zielgruppe und die Kosten. Für weitere Fragen ist ein Kontakt angegeben. Somit steht dem Sportinteressierten alle Möglichkeiten offen. Nun, wir leben in einer Region, die ganz viele neue Bürgerinnen und Bürger bekommt. Also nicht nur Frankfurt, sondern auch die Region insgesamt. Und die sind auf der Suche. Die kommen aus Ländern, wo sie Sport getrieben haben und wissen gar nicht, wo sie sich hinwenden können. Und dafür ist es wichtig, einfach ein Portal zu haben, um da einfach zu werben für die Angebote, die wir in Frankfurt in der Region haben. Oder auch Studenten. Allein im letzten Monat haben 2100 Studenten an der University of Applied Science neu angefangen. Für die ist es natürlich interessant zu erfahren, wo gibt es Sportangebote. Frankfurt gehört ohnehin zu den wenigen Städten Deutschlands, in denen die Anzahl der Vereinsmitglieder stetig steigt. Auch für die Manova ist es wichtig, den Breitensport zu unterstützen. Breitensport ist unser zentrales Thema. Wir wollen die Vereine erreichen, die kleinen Vereine, die diese Gesellschaft tragen, die Ehrenamt zum Ausdruck bringen, die Integration zum Ausdruck bringen, die das Fundament dieser Region sind. Und wir leben in dieser Region, wir treiben unsere Geschäfte in der Region und wir wollen diese Region stärker machen, stabiler machen. Und deshalb ist Breitensport für uns das wichtigste Thema im Bereich des Sponsorings, im Bereich sonstiger Aktivitäten jenseits unseres eigentlichen Geschäfts. Das beginnt natürlich mit dem größten Breitensport-Event im Mainhofer Frankfurt Marathon, wo Tausende auf der Straße sind. Aber der Aufbau, die Aufbauarbeit findet in den kleinen Vereinen statt. Und deshalb ist das heute für uns ein wichtiger, ein guter Tag. Überhaupt ist das Sponsoring im Bereich Sport für den Energieversorger sehr wichtig. Sport hält eine Gesellschaft stabil, dynamisch, leistungsfähig. Wir sehen das an eigenen Mitarbeitern. Seit wir diese Aktivitäten betreiben, ernähren sich die Mitarbeiter bewusster. Eine Gesellschaft blüht über Sport auf. Sport ist fundamental und Sport hilft Menschen zu integrieren. Sport hilft die Jugendlichen, leistungsfähig zu machen, einen Sinn, einen Ausgleich zu geben. Sport ist so fundamental. Wir sehen das als eine gesellschaftliche Aufgabe, Breitensport zu fördern. Die Mainmetropole Frankfurt ist ständig am Wachsen. Die Sportvereine sind auf neue Mitglieder und Interessierte vorbereitet. Die Mainmetropole Frankfurt kann die Und wir sehen es bei dem, was der die Ausgleich zu haben. Die Ausgleich zu verhindern Sie in den Jahren,